Hallo, wir sind hier wieder oben, oberhalb vom Portmann auf dem Erzgebirge. Hier wurde früher Erz abgebaut. Hier seht ihr nur die ganzen Wagen hier stehen. So, ich bin jetzt hier in so einem alten Lokomotive drin im früheren Haus und dann die Lorenz sind alles da vorne. Da geht es dann hin und her. Das war bestimmt ganz schön schwer, wie die hier geschafft haben, die Leute. Hinten habe ich auch noch Anhänger dran und dann geht es noch weiter. Wollen wir uns mal das Werk besichtigen. Hier seht ihr so eine alte Lokomotive mit den alten Dieselmaschinen. Unwahrscheinlich, das bleibt hier stehen und nach und nach wird es verortet. Da vorne ist auch noch ein Führerstein. Das ist die zweite Lok hier. Und da vorne war ich eben drin unter dem Baum. Geht das alles hier. Macht's gut. Adios. Geht das alles. Geht das alles.